Abenteuer Vorsitzende, ich bin bereit die Wahrheit über die Geschehnisse, Geschichte zu sagen, zu erfahren. Die Wahrheit ans Licht. Ah! Ach die! Schön bei ihrem Trailer. Die Wahrheit anspricht. Wenn ihr Spirat nicht erreicht hat, wird er uns verletzt. Und auf Oblivion. Die einzige Art, um alles zu verstehen, ist zu lernen, die Identität von jemanden hinter dem Masch. Ich glaube, das ist ihre Journal. Es ist schlecht verletzt, aber mit meiner Lantin, es wird uns zur Wahrheit. Es wird nicht einfach sein, aber wir müssen versuchen. Ich... Ich wöre Merrick so viel. Wir machen es alle. ... 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 nötige Dinger. So. Wobei ich schläge im Leben Eier genau. Tatesvorbracht meine Nachricht hat Merrick aus dem sicheren Stevens-Bolls hervorgelockt und der Rest war einfacher als gedacht. Der Nervenkitzel, der Jagd. Ich habe es wahrlich genossen. Keinen Spaß macht mir, an diesem verlassenen Strand auf und ab zu laufen. Wie soll ich mich verstecken, wenn ich das verdammte Versteck nicht finde? Ich soll dem Fluss folgen, was immer das heißen soll. Vielleicht irgendwo entlang des unterirdischen Durchgangs, womöglich in der Nähe des alten Lagerfeuers. Im Moment ist dieses Logbuch ein guter Grund, in der Sonne zu sitzen und über meine strahlende neue Zukunft nachzudenken. Wo es mich hin verschlägt, werde ich nicht viel Tageslicht abkriegen. Okay, dann hau mal raus, Spiel. Wo müssen wir hin? Aha. Aha. Hä? Was? Digga, was? Ah, Flameheart, lol. Hä? Bösen Piratenkodex untersuchen. Neun Piratenkodex. Erstens, verlasst die Außenposten. Zweitens, beugt euch Captain Warsmith. Drittens, gelobt sei Flameheart. Ja. Der hier. Muss ich verarschen? Alter. Ach, die, die, die gehen wieder raus? Was ist die? Oh. Ach so. Schon gewundert, lol. Okay. Okay. Hier hoch. Wo ist das nächste? Das muss ja eigentlich bald da sein. Ah. Aha. Einfach ein Brief verbudelt, alter. Einfach zu zerreißen. Einfach verbudeln. Feier ich, ey. Das gabelförmige Rohr. Unsere Phantome haben das Relikt aus der Schatzkammer der Sunken Shores geborgen. Sie warten bei der Inselgruppe südwestlich von hier auf mich. Ich muss mich beeilen. Der gefunden hat das Relikt aus der Korallenfestung ist endlich gefunden worden. Wer sagt, dass die Übergabe am Strandtrio südwestlich von hier folgen soll? Ja, Smuggler's Bay. Da muss ich auch unbedingt, dass die ganze Insel erkunden, weil die sieht so verdammt cool aus. Die erinnern mich an extremer Satisfactory. Ich weiß echt, wie wir das Satisfactory spielen wollen. Justin und ich warten halt gerade auf das nächste Update. Also das Content-Update, wo auch neue Sachen hinzugefügt werden. Und dann möchte man halt wirklich dann immer wieder zusammenspielen. Und nicht, dass ich alles alleine mache. Weil, ja, Justin ist online gekommen. Muss das nur gucken, was da ist. Dann musst du wieder gehen halt, weil das nur geguckt hat, was da ist. Was man machen muss. Also, ja. Da kann ich euch versichern, Leute. Satisfactory kommt definitiv zurück. Und dann auch alles aufgenommen. Und halt die witzigste Momente und die wichtigste Momente reingeschnitten. Logisch, wie bei CSCVs hier. Mit Justin. Und ja, wir sind doch, denke ich, dann immer bei dem Duo. Außer ich möchte ruhig mal was alleine machen. Weil ich es muss. Oder einfach halt so Festplatten suchen. Was ich ja Ewigkeiten gemacht habe in Satisfactory. Ich... Aber ich hoffe, dass ich es nie wieder machen muss. Aber naja. Es muss gemacht werden. Irgendwie muss man ja bestimmte Rezepte bekommen. Aber... Warum ist es hier eigentlich über Satisfactory? Ich weiß es nicht. Ich sehe da hinten einen Gegner. Mit einem Objekt in der Hand. Ey, wie schaffe ich das immer? Ich will das fast in die Luft jagen. Und zwar so. Alter. Bin ich dumm. Oh fuck. Wollte ich gar nicht machen. Au. Oh fuck. Wollte ich gar nicht machen. Oh. Oh. Ich habe erstmal hier einfach keinen Bock. Der funny. Äh. Äh. Es ist... Obwohl kann ich nicht nutzen. Gegen die... Dreckstypen gegen die... Skelette. Na egal. Äh. 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 Man kann es auch machen. Hat auch ja auch macht auch. Er macht auch aber auch. Hat auch besser. Ahやって sie doch. ... in der Ende. All die Räumen der Gehörigen Gäste. Du, helf die anderen finden den Mystik. Be sicher, sie zu diesem exakt Ort. Was? Was zum? Oh, das hat wieder... LOL. Geil. Es ist gut, dass Golden Science back ist. Dass er hat in der Ecke gefehlt. Ich bin dumm. Nein, nein, es hat in der Ecke dort unten gefehlt. Boah, das Ding langsam. Halt kein Wind, ne? Es sieht schon geil aus, irgendwie. Muss ich sagen. Es wird einfach so langsam wegfährt. Ah, moin. Hast dir Zeit gelassen, muss ich sagen. Es ist wirklich funny, dass du jetzt einfach so langsam wegfährst. Aber so lange ist es gar nicht, ne? Obwohl, ne, scheinbar... Oh mein Gott, Digga, was zum... Bin ich hier... Ähm... Okay, viel Spaß, Schwein. Wie wurde er nicht erwischt? Bin ich hier richtig? Ich glaube, es ist wegen Tresor, ne? Bei mir, dass ich hier richtig bin. Oh! Was? Ich stehe noch nicht mal nah dran? Oh mein Gott, Digga. Das haben wir halt ultra erschrocken. Haaaaaaah. Ah, die sind wirklich hier. Ich denke hier. Ich bin hier. Ich bin hier über 100 Meter. Hier ist ein Schritt. Ich rufe auf die Schwester. Aber ich brauche noch. Ich brauche den Verwölkser. Wir gehören die andere. Dann bringe sie zu dieseronnaie. Dann bringe sie zu dieser Lokation. Ja. Ein Rund. Dicke, warum? Wo kommen die her? Bringen die Hexe, wir sind bereit. Finde die Mystikerin von Golden Sands und bringe sie zur Insel im Osten. Führe sie zum Schatten unter den Gipfel. Was? Äh, hier. Vergessenes Logbuch. Die Mystikerin hat getan, was ich von ihr verlangt habe. Ich musste sie gar nicht groß überzeugen. Sie könnte mir noch auf andere Weise nutzend sein, weshalb ich sie mitgenommen habe. Als Flameheart vor all den Monaten den Waffenspiel entführte, hätte er beinahe den Zorn meiner Schwester auf sich gezogen. Da ist aber ein Kek, Digga. Alter. Ey, ich will einfach nur das Ding lesen. So, es war nicht leicht, aber ich konnte sie davon überzeugen, ein Angriff abzuglasen. Immerhin hatten wir nur ein Schiff. Kein Grund, jetzt schon die Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Stück für Stück konnte ich den Spalt zwischen ihnen vergrößern. Ich werde nicht zulassen, dass ein Familientreffen meinen Platz bei den dunklen Brüdern gefährdet. Über Olga werde ich Wunder daran erinnern, wo ihr Platz in der Welt ist, ihre gefällten Entscheidungen, ihre verpassten Gelegenheiten, damit sie auch ganz genau weiß, wo die rote Linie ist. Ich werde nicht von Charakteren geredet, der ich noch nie gehört, gesehen, irgendwas in diesem Spiel. Oh, der. Oh, der ist noch drei. Waffenladen. Ah, guck mal. Das haben wir können, und die fliegt einfach so rum. Ah. Du dachtest immer, dass du der bessere Kämpfer von uns beiden bist. Und jetzt, du solltest wissen, dass ich meinen rechtmäßigen Platz an der Seite des Kriegsschmieds einnehmen werde. Ich werde die Schwester sein, die du nie sein konntest. Leb wohl, du Narr. Viertens. Hä? Gibt es eigentlich ein Hunter's Call Emissary? Nee, ne? Aber jetzt hätte ich schon einen gesehen, ne? Deswegen ist es wahrscheinlich auch nochmal so extrem schwer zu leveln, weil es einfach kein Emissary dafür gibt, warum auch immer. Also Hunter's Call zu machen, boah, das wird was. Aber das ist wirklich das Letzte, was ich machen werde, ey. Ich werde alles andere davor machen. Ich will das so weit, wo ich rauszunehe. Ich habe gar keinen Bock darauf. Naja, egal. So, mit Bell sprechen. Weiter geht's. Ach, jetzt muss ich drücken. Gib acht, Pirat. Dieser Ort birgt mehr geheimnis als denkst du ja. Okay. Let's get going. Restore the journal? Let me see. Hmm. Yes, interesting. Recovered relics. Some sort of ritual. Ah, a clue at last. A note sent to Taurp the weaponsmith, but on the back a sea dog crest. Whoever Merrick's killer may be, it seems they've been lurking at the sea dog tavern. We need to confront them. But the scepter they've forged makes them dangerous. Speak with me again when you're ready to depart. We'll face the one responsible together and make them pay. Okay. Was sagt, was sagt, was? Wie lange dauert das? Uh... ...